Susi Böttcher auf dem Morgen, auf dem Weg ins Studio. Es ist kurz vor fünf. Und manchmal sieht das Studio nicht so aus, wie man es sich vorstellt. Wir kommen jetzt rein. Es ist kurz vor fünf. Und was sehen wir hier? Wir hören erstmal irgendwie ein Schnarchen. Wir wissen nicht, wer oder was es ist. Was ist das denn hier? Wir kommen hier ja nix ran. Und das ist dieses Zelt, was die beim Sachsenring hatten. Oh, darum stinkt das hier auch so. Das ist bestimmt das von... Nicht, dass jetzt wirklich auch wer schläft. Michi? Uwe? Thomas? Böfis? Ja, wir räumen jetzt hier erstmal auf und hoffen, dass wir gleich in die Sendung kommen, oder? Hätte wenigstens mal ein paar Pralinen hier lassen können für uns. Oder ein Bier. Also, schönen Tag wünschen wir euch. Bis gleich im Radio. Tschüss. Oder wir legen uns nochmal hin.